Ich habe versucht, einige der Videos zu übersetzen, die ich auf der Grundlage der TikTok-Videos anderer Leute erstellt habe, da diese Videos anscheinend meine beliebtesten Videos sind. Da jedoch jeder in einer anderen Geschwindigkeit spricht, passen der Ton und die Stimme nicht zusammen. Deshalb werde ich aufhören, diese Videos zu übersetzen, wenn sie den Leuten nicht gefallen oder wenn es zu viel Arbeit wird. Mit jemandem ausgehen, der dich will. Ich, nicht mein Typ. Das Problem der heutigen Welt ist, dass vielen Männern nie beigebracht wurde, was ein echter Mann ist und was ein echter Mann tut. Ein echter Mann arbeitet sieben Tage die Woche, kommt nach Hause zu seiner Frau, kocht ihr eine warme Mahlzeit, wäscht die Wäsche und sorgt dafür, dass ihre Nägel, Zähne und Haare gemacht sind. Er bedient sie, wäscht ab und sorgt dafür, dass die Kinder ins Bett gebracht werden, morgens aufstehen und die Kinder für die Schule fertig machen und am nächsten Tag alles noch einmal machen. Das ist ein echter Mann. Dieses Viertel liegt in der Stadt Chicago und es ist ein innerstädtisches Viertel, das ausschließlich von Schwarzen bewohnt wird. Ich dachte mir, dass einige Leute lieber etwas anderes sehen würden als einen Typen, der redet. Die meisten Leute sehen nur die schlechten Dinge über meine Gemeinde, die nicht einmal 90% der schwarzen amerikanischen Nachbarschaften oder Städte ausmacht. Bevor ich auf die TikTok-Videos eingehe, möchte ich ein paar Dinge sagen. Ich bin fast 60 Jahre alt, also stammt alles, was ich in diesem Video sagen werde, aus Beobachtungen und Gesprächen mit meinen weiblichen Freunden, weiblichen Familienmitgliedern, wie weiblichen Cousinen und Tanten. Außerdem werden die TikTok-Videos am Ende helfen, meine Argumente zu belegen. Für viele Frauen bedeutet gegen die Wand laufen, dass sie, wenn sie 30 Jahre alt oder älter sind, Schwierigkeiten haben, einen guten Mann zu finden. Und je älter die Frau wird, desto schwieriger wird es für sie, einen guten Mann zu finden. Diese Frauen haben ihre besten Jahre damit verbracht, dem falschen Typ man hinterher zu jagen. Sie denken immer, dass sie einen guten Mann bekommen können, wenn sie einen wollen. Viele Frauen verstehen nicht, dass Frauen den Zugang zum Sex kontrollieren, aber Männer den Zugang zur Ehe. Außerdem verstehen viele Frauen nicht, dass die Tatsache, dass sie die meisten Männer dazu bringen können, mit ihr Sex zu haben, nicht bedeutet, dass sie einen Mann dazu bringen können, eine Beziehung einzugehen oder sie zu heiraten. Frauen sind der Preis, wenn es um Sex geht, aber Männer sind der Preis, wenn es um Ehe und Beziehungen geht. Wenn ein Mann nicht glaubt, dass die Frau das Zeug zum Heiraten hat, dann wird ihnen keine noch so große Beschämung oder Manipulation dazu bringen, sie zu heiraten. Die Wahrheit ist, dass diese Art von Frauen nicht heiratsfähig sind und es auch nie sein werden. Ich habe mir viele YouTube und TikTok-Videos angesehen, und einige Frauen glauben, wenn der Mann arbeitet und die Frau zu Hause bei den Kindern bleibt und nicht arbeitet, dann sollte der Mann, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, auch kochen und nach der Arbeit putzen. Ich selbst habe immer geglaubt, wenn der Mann arbeitet und die Frau nicht arbeitet und zu Hause bei den Kindern bleibt, dann sollte das Haus sauber sein und das Abendessen gekocht werden, wenn der Mann von der Arbeit nach Hause kommt. Ich hatte einen Streit mit meiner etwa 70-jährigen Tante. Meine Tante ist der Meinung, wenn der Mann arbeitet und die Frau nicht arbeitet, sondern zu Hause bei den Kindern bleibt, dann sollte der Mann, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, auch kochen und putzen. Das Erstaunliche daran ist, dass wir alle nach den gleichen Regeln aufgewachsen sind. Meine Großmutter war eine alleinerziehende Mutter und sie arbeitete. Wenn meine Großmutter von der Arbeit nach Hause kam, hatten ihre Kinder das Haus aufgeräumt und das Abendessen war gekocht. In den 70er und 80er Jahren arbeiteten meine Eltern beide, und wenn sie nach Hause kamen, sorgten meine beiden Brüder und ich dafür, dass das Haus sauber war und das Abendessen gekocht wurde. Ich habe meine Tanten Dinge sagen hören wie, ich bezahle alle Rechnungen und so weiter, also muss das Haus sauber sein, und so weiter. Warum ist es dann anders, wenn der Mann arbeitet und alle Rechnungen bezahlt und sie nicht arbeitet, dass er, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, auch kochen und putzen muss? Wenn der Mann kochen und putzen muss, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, und sie nicht arbeitet, dann sehe ich keinen Vorteil darin, zu heiraten oder mit einer Frau zusammenzuleben oder zusammenzuziehen. Alles, was ich sehe, ist ein Kopfschmerz nach dem anderen. Wenn der Mann arbeitet und von der Arbeit nach Hause kommt, muss er sich noch um die Kinder kümmern, das Haus putzen und kochen. Ich sehe keinen Sinn darin, eine Frau zu haben. Wenn der Mann die Frau nicht heiratet und sie Kinder haben, muss sie arbeiten, nach Hause kommen und das Haus putzen, das Abendessen kochen und sich allein um die Kinder kümmern, ohne den Mann. Ich habe festgestellt, dass sich giftige Frauen nicht ändern. Egal, wie alt sie werden, sie werden immer in irgendeiner Form giftig sein. Sie können keine Verantwortung für irgendetwas übernehmen, was sie getan haben. Ja, die Frau hat vielleicht einen Mann gedatet und geheiratet, der missbräuchlich oder toxisch war, aber was ich herausgefunden habe, ist, dass diese Frauen auch toxisch sind. Diese Frauen haben also auch Dinge getan, die in der Beziehung falsch waren, aber sie werden immer dem Mann die Schuld für alles geben. Eine Therapie kann diesen Frauen nicht helfen, denn das ist es, was sie als Person ausmacht. Außerdem wissen diese Frauen, dass sie ein Problem haben und dass sie, egal wie missbräuchlich der Mann war, wissen, dass sie dazu beigetragen haben, die Giftigkeit in der Beziehung zu erhöhen. Diese Art von Frauen können nur mit giftigen oder missbrauchenden Männern zusammen sein. Sie brauchen immer diese Art von Drama, brauchen immer jemand anderen, dem sie die Schuld geben können. Diese Arten von Frauen schaffen Umgebungen, die giftig sind, weil dies einfacher ist, als zu konfrontieren, wer sie als Person sind. Aus all diesen Gründen habe ich kein Mitleid mehr mit diesen Frauen. Diese Frauen wissen, dass sie Hilfe brauchen und sich ändern müssen, aber es ist einfacher, es an allen anderen auszulassen und dem Mann die Schuld zu geben. Ich habe erlebt, dass diese Art von Frauen ihre Frustration und Wut auch an ihren männlichen Kindern auslassen, weil in ihren Augen alle schwarzen Männer nichts taugen oder dumm sind. Die Kinder tun mir leid, denn Kinder können sich nicht wehren. Die Kinder, die solche Mütter hatten, lernen erst als Erwachsene, dass das, was ihre Mutter ihnen beigebracht hat, falsch war. Dies ist einer der Gründe, warum Männer Frauen heiraten, die sie niemals hätten heiraten oder daten sollen. Wir alle sollten uns vor der Heirat immer fragen, wie der Haushalt geführt und verwaltet werden soll. In den 80er Jahren ging ich zum Beispiel mit einem Mädchen aus, dessen Eltern geschieden waren. Das Mädchen schob alles auf den Vater. Als sie mir jedoch erzählte, wie ihre Mutter den Haushalt führte, sagte ich zu ihr, dass ich auf keinen Fall so leben könnte oder wollte. So kam es dem Mädchen nie in den Sinn, dass der Hauptgrund für die Scheidung ihrer Eltern die Art und Weise war, wie ihre Mutter den Haushalt führte, und dass ihr Vater dies nicht ertragen konnte. Im Grunde war ihr Vater nur ein Gehaltscheck. Ich habe herausgefunden, dass diese Art von Frauen nicht in den Mann verliebt sind, sondern in den Lebensstil oder den Status, den er ihnen bieten kann. Wenn sie diesen Lebensstil oder Status von einem Mann nicht bekommen können, geben sie allen Männern die Schuld und sagen, dass Männer nichts taugen, Betrüger und Verräter sind. Dies ist ein weiterer Grund, warum viele Männer vorsichtig sein müssen, wenn sie heiraten. Ich habe zum Beispiel in den 80er Jahren die Arizona State University besucht, und zu dieser Zeit gab es nicht viele Schwarze an dieser Universität. Das galt nicht nur für die Studenten, sondern auch für die Professoren und das Personal. Wir wussten vielleicht nicht, wie die anderen waren, aber wir kannten uns alle untereinander. Ein schwarzes Mädchen namens Kelly war mit einem schwarzen Jungen aus dem Football-Team zusammen. Wegen einer Verletzung musste er ein Jahr lang mit dem Spielen aussitzen. Während dieser Zeit machte Kelly mit ihm Schluss. Und da alle schwarzen Mädchen auf dem Campus einander kannten, wusste Kelly, dass keine der anderen schwarzen Mädchen mit ihm ausgehen würde, während sie ihr Ding durchzog. Kelly glaubte auch, dass er sie liebte und sie ihn zurückgewinnen könnte, wenn sie wollte. Als er im folgenden Jahr wieder mit dem Fußballspielen begann, war er nun mit einem weißen Mädchen zusammen. Kelly fragte viele von uns schwarzen Männern immer wieder, warum schwarze Männer mit weißen Mädchen ausgehen. Was passierte, war, dass alle weißen Mädchen ihren Freund kannten und wussten, wie er Kelly behandelte. Sie alle wussten, dass er ein guter Kerl war, der nicht fremd ging. Als sie also entdeckten, dass er und Kelly nicht mehr zusammen waren, waren die weißen Mädchen alle scharf auf ihn. Im folgenden Jahr wurde er zu den Profis eingezogen und heiratete das weiße Mädchen. Ein weiteres Beispiel ist meine Cousine, die sich in ihren 30ern scheiden ließ. So wie sie ihren jetzigen Ex-Mann behandelt hat, hat niemand in der Familie ihm die Schuld dafür gegeben, dass er eine andere Frau gefunden hat. Als meine Cousine versuchte, die ganze Schuld auf ihren Ex-Mann zu schieben, sagten ihr meine anderen Cousinen, dass sie es war, die ihren Ex-Mann in die Arme einer anderen Frau getrieben hat. Meine Cousine war nur acht Jahre mit dem Mann verheiratet, aber ihr Ex-Mann ist schon seit über 20 Jahren mit der anderen Frau verheiratet. Viele Frauen verstehen nicht, dass, wenn sie einen guten Mann haben und andere Frauen das wissen, sie ihnen sofort den Rang ablaufen werden. Während eines Sommers war ich Stadtbusfahrer in Chicago. Alle Oldtimer sagten mir, wenn ich einen Ehering trage, würden mich mehr Frauen anmachen oder versuchen, mich aufzureißen. Als Busfahrer versuchen ständig Leute, sie mitzunehmen. Frauen, Männer und Menschen, bei denen man sich nicht sicher ist, ob sie eine Frau oder ein Mann sind. Also fing ich an, einen Ehering zu tragen, um Männer davon abzuhalten, mich aufzureißen. Als ich das tat, versuchten viel mehr Frauen, mich abzuschleppen. Die alten Hasen hatten also Recht. Ich habe gelernt, dass es viele einsame Frauen gibt, denen es egal ist, ob sie einen Mann teilen, wenn sie in einer Großstadt wie Chicago oder New York leben. In den späten 90ern starben vier Onkel von mir, die zwischen 70 und 80 Jahre alt waren. Sie haben alle nie geheiratet, sondern sind von Frau zu Frau gegangen. Sie hatten alle Kinder, aber keiner von ihnen hat je geheiratet. Und ich habe mich immer gefragt, warum. Jetzt, da ich älter bin, weiß ich, warum. Das, was man heute von Frauen hört, ist also nicht neu. Sie sagen und tun dasselbe schon seit Jahrzehnten. Die sozialen Medien haben es einfach für alle sichtbar gemacht. Das, was man heute von Frauen hört, ist auch nicht neu. Vielen Dank fürs Ansehen. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche Gefällt mir, abonnieren Sie das Video, hinterlassen Sie einen Kommentar und teilen Sie es. Tschüss. Tschüss. Schicht.